Chris! Chris? Chris? Andi? Andi? Hat irgendwer Andi gesehen? Andi? Du warst weg! Wo warst du? Wo warst du? Ich hab mich versteckt, mein Sohn. Du hast dich versteckt? Ja. Was könnten wir denn heute dann spielen? Wir spielen heute das gute alte Verstecken, aber anders. Ich komme! Verstehst du, ich komme? Und zwar haben wir uns eine großartige Version bzw. ein Remix von Verstecken überlegt. Einer von uns beiden geht jetzt raus und der andere muss erraten, wer nicht mehr im Raum ist. Schnick, Schnack, Schnuck. Ha! Okay, los geht's! 7, 8, 9, ich komme! Chris ist raus! Was? Ein grandioser Sieg! Habt ihr die Macht, hier drunter zu kommentieren, was wir demnächst mal spielen sollten? Beziehungsweise, wir haben sogar schon einige Vorschläge gekriegt und wir haben uns auf ein Spiel... Also wir haben... Ja, ich bin eigentlich... Never have ever ever... Wie heißt das, wie heißt das? Never have ever? Never have ever... Wir würden gerne Never have ever spielen. Ja. Quasi, ich habe noch niemals. Jetzt... Dazu brauchen wir aber euch. Ihr müsst hier drunter unter dem Video Fragen schreiben, die wir dann gegenseitig beantworten sollten mit so einem Schild, wo dann draufsteht, habe ich schon mal oder habe ich noch nie? Ähm... Also quasi so Fragen wie... Ähm... Hast du schon mal... Nein, ich habe noch nie... So muss man anfangen. Achso, ich habe noch nie... Ähm... Gepopelt. Dann würde ich jetzt das Schild hochhalten, habe ich noch nie. Hab ich. So könnt ihr eine Menge über uns erfahren. Das heißt, ihr habt die Macht. Kommentiert hier drunter. Ja, grandios, oder? Hat euch das Video gefallen, dann gebt uns doch ein Like und abonniert unseren Kanal. Aktiviert die Glocke für ständige Benachrichtigungen, wenn wir unseren Content hier raushauen. Und ähm... Unterstützt uns auch auf Patreon. Vielleicht ist auch eine extra Runde Verstecken da mal dabei oder so. Ähm... Ähm... Schaut einfach mal nach. Da gibt es aber auch eine Menge mehr und das wird euch da sehr viel Spaß machen. In dem Sinne, schmeißt nicht die Fuffis durch den Club, sondern schmeißt unser Video durch Twitter und Facebook und wo es das überall gibt. Uuuuh! Stark, ne? Und wir verabschieden uns mit den wunderschönen Worten, die wir diesmal gemeinsam sagen... Shine on!